Es war ein streng geheimes Regierungsprojekt. Legt ihn auf Eis! Sie alle! Erdacht, um den perfekten Soldaten zu erschaffen. Nie wieder wird ein Mann im Dienst für sein Land sterben müssen. Krygonisch konserviert. Okay, Leute, Gedächtnis löschen. Genetisch verbessert. Und wie sieht's aus? Ziemlich hässlich. Aufgehorsam programmiert. Wir sind im Tower! Okay, okay, los geht's! Wer sind diese Typen? Dreißig Geiseln werden im Keller des Kraftwerks gefangen gehalten. Ich sag den Maul halten! Wir sind drin, Leiterphase 2 ein. Das hier bedeutet die dritte erfolgreiche Mission des Universals Soldier. Aber es gab etwas, womit sie nicht gerechnet hatten. Er antwortet nicht. CR44, hörst du mich? Am Ende der Mission reagiert er überhaupt nicht mehr. Im Inneren dieser Maschine ist ein Mann... Hatten Sie wirklich gedacht, das Pentagon würde das Recyceln toter Soldaten gestatten? Haltet das Mädchen auf! Schießt, wenn ihr müsst! ...und es genügt... Ich bin Veronica Roberts, CNA. ...eine einzige Erinnerung... Sie hat überhaupt nichts getan! ...um ihn zu wecken. Müsst Sie weg! Ihr geht aus! Verreter! Universal Soldier. Was haben Sie denn mit Ihnen gemacht? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Einer gerät außer Kontrolle. Schnell dich an! Der andere... ...ist nicht aufzuhalten. Diese Mission ist abgesagt worden. Von jetzt an gebe ich die Befehle. Ich werde Ihnen allen eine Lektion erteilen. Amüsieren wir uns schon? Die unbesiegbaren Waffen der Zukunft ...haben einander den Krieg erklärt. Jean-Claude Van Damme Dolph Lundgren Universal Soldier Halt! Das ist ein Befehl!